Guten Morgen, Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der Playstation 3 und herzlich willkommen heute zu einer neuen Hunde Playstation 3 Freundesliste. Ich zeige euch heute mal meine PS3 Freundesliste auf der PS3. Okay, natürlich haben mir auch ein paar Leute geschrieben hier, die ich noch nicht angenommen habe, bis ich auch keinen Platz habe, aber ich zeige euch einfach jetzt hier mal ein paar richtig coole Specials. Buri 13 aus der Schweiz, mit dem habe ich auch schon gezockt. Geile Zeiten habe ich da erlebt, ich weiß gar nicht mehr was es war, ich glaube Black Ops oder sowas. Breitenbach, da gibt es eine Metzgerei bei uns, die heißt genauso der Commander. Ach, wenn ich das höre, dann kommt schon wieder so Heimat auf hier. Das ist schön, Clan Gamer 55, Agent 007, Wovor, der Leader von Libanon Elite, Mashallah, also wirklich Mashallah, Gott Allah soll dich segnen. Ein richtig cooler Typ, richtig nett, richtig cool, richtig gebildet, ja, richtig cooler Typ. In seiner Heimatstadt Göttingen war ich auch schon. Am Bahnhof habe ich ganz viele Fahrräder gesehen, also Göttingen ist also wirklich, also schöne Fahrräder. Schöner, auf jeden Fall schöner Bahnhof in Göttingen, muss man sagen. Ähm, habe ich da so ein Fischbrötchen da gegessen oder was das war. Ja, was haben wir hier noch? Mashallah. Ach ja, Mashallah bedeutet Gott, schön und wunderbar. Und jo, das war auf jeden Fall meine Playstation 3 Freundesliste. Und ihr müsst immer aufpassen, dass ihr nicht diese Leute annehmt. Das sind ganz komische Leute. Stalker, Stalker, Kranke, Psychos und so weiter. Äh, das sind teilweise auch, äh, Hacker dabei. Muss man wirklich mal so sagen. Und Nazis in diesen Listen. Aber die Hacker, die sind ja besonders schlimme. Oder Leute, die mehr mit dem Leben getrachtet haben. Sind in dieser Liste. Könnt ihr mal gucken, dass ihr da einfach mal ein bisschen aufpasst. Und diese Leute hier nicht reizt. Haut auf jeden Fall rein. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Und ciao.